Ich hab mal Start gedrückt. Ja, hab ich auch gemacht. Was ist denn? Da macht er nichts. Wo sind jetzt meine 100 Sterne? Hallo? Hast du nicht ernsthaft geglaubt, dass du 100 Sterne gekrißt? Doch. Da hätt' ich jetzt 101. 101 Sterne. Der hat doch so'n Kackpilz. Aber es ist Nacht, da kann sich der Stein nicht bewegen. Eine 7. Und eine 5. Ach, 12. Hä, ich kann bis 12 rechnen. Dumme KI, dumme KI. Mein brillanten Verstand kann sie einfach nicht beschlagen. Äh, schlagen. Pumpenangriff. Moment, was muss ich machen? Okay, ich bin in der Wanne. Lippsen. Okay. Ihr müsst die Bob-Oms auf mich werfen und ich muss wegfahren. Und wir müssen so reinhelfen. Das ist erkannt. Wie weit kann ich zum da wegfahren? Wie? Ich hab's geschnürt. Ah, okay, ich hab's geschnürt. Puh, scheiß Baum, ich verpiss dich, Baum! Oh, die wäre reingegangen. Nein, vielleicht. Ich habe nämlich schon wieder nach links gedrückt. Ich bin alle Geld. Ah, ich verliere gar kein Geld. Ich habe 66 Münzen, ich bin die Prinzessin des der Hölle, was weiß ich. Das höchst. So siehst du auch nicht aus. Ach komm. Kauf die Duell-Hatschuhe, Kauf die Gold-Bills, was du mit der macht. Ich glaube, da kannst du dreimal aufhören. Komm, mal gucken. Verschlossenes Tor öffnen. Tor erschienen, es wird ausgehört. Naja. Bay-Bowser-Bowser, Basisbewegung steht jedem Spieler auf, den er trifft, alle Münzen. Durchsatzины. Was ist so schwierig? Nur drei Würfel Blöken gesprungen, ne?! Yoon anyways. Aber wie gibt's denn nicht so viele Items? Nee, beschränkte Auswahl Ach komm Den du dann irgendwann mal total sinnlos verfeuern kannst Genau Schau mal da an Da kannst du eh nicht lang Okay Dann will ich mir mal meinen zweiten Star holen Ah ja, komm Oh, ich bin eine Frau, ich kaufe eh alles Daraus mache ich mir Schuhe Ich stehe in Schuhe Warum spiele ich überhaupt Peach? Ich hasse Frauen mit blonden Haaren Ja scheiße, jetzt kann ich keine Sterne mehr klauen Fehlen mehr als vier Münzen Schade Könnte ich nämlich jetzt gleich noch meinen dritten holen Muss ich halt wieder Münzen stehlen Puh Was soll's denn Alter Dieb Ich bring sie ja irgendwann wieder zurück Ich bring sie ja irgendwann wieder zurück Warum kam da jetzt ein Yoshi-Gesicht oder hab ich das nur eingebildet? Oh Gott, das Grau ist richtig für die KI Nein Das war so ein Koopa-Gesicht Achso okay Kein Yoshi Hat ein bisschen Ähnlichkeit Hat ein bisschen Ähnlichkeit Hört man, dass er die U rechts irgendwann nimmt? Oh 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 Ach Kommt nicht sogar nur zwei Variationen Ach Da kriegt er jetzt bestimmtes Item Oh Gott, das macht Weißt du nicht die Bombe, die Bowser erzeugt? Aus Behibi Bowser? Ja Ich glaube ich weiß, was er in der nächsten Runde benutzen wird Haha Aber ich hätte versucht die Glocke zu kriegen Jaja Hat noch eine Runde Zeit So viele Runden sind sie auch gar nicht mehr Bowser-Start? Wie ist das? Oh Oh Ich bin Baurer Läger der Taurer Komm mal mit dunkler Vakir auf den Geisterwald Möchtet er mit meinem Vakir im Geisterwandel Ey Wuhahaha Ich darf zweimal würfeln? Naja Du darf dreimal würfeln War ja klar Oh Gott Zum Glück ich bin weit weg Aber bin ich so weit weg? Ja Hab ich denn da VARIO Mit all deinen Minzen Oh Gott Toll Gut sie nur 68 Minzen hasche Das ist heftig Mist ich bin da auch noch Ne doch nicht Boah ist du ein Dussel Yeah Strike Glaubenssinn Warte Gott BENN 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 Ich kann auf Hinterreifen fahren mit meinem Kasten aus. Voller Kasten ich da hab. Da glühen die Reifen. Und Yoshi dreht das mal voll am Rad. Ja, ich geb Gas. Ich will Spaß. Kostet Benzin auch. 3 Mark 10. Scheißegal. Es wird schon gehen. Weil es jetzt überhaupt keine 3 Mark 10 kostet, ne? Nein, es kostet 1,60 Euro. Kette, toll. Tze. Okay, I10 kostet nur 1,350. Zumindest in das Abend. Wie, immer noch nicht gewonnen? Alter. Das nervt leicht, ne? Gott, ich hab das auch immer gehasst, im ersten Teil. Ach, wenn man es kann, ist es bestimmt lustig, oder so? Ja, ich hab einen neuen Rekord aufgestellt, weißt du das? Wie ist da funkt? Verdammt, jetzt brauch ich mehr Geld. Huh? Fünf Runden. Peach ist erster. Yoshi ist zweiter. DK ist dritter. Vado ist dritter. Nichts entschieden. Brennenfreiheit. Wie lieb, was halt? Ich will es beantworten. Hätte Hilfe, werde ich uns die Kuh pflegen. Ja, herzlich willkommen. Äh, Varu gewinnen wird. Genau. Was? Toll. Oh, toll. Ich will auch meine 10 Münzen haben. Das hat ein Goldpilz benutzt. Wenn ich dann mal raufkomme, dann muss ich ja nichts tun. Zwei, hey, guck mich an, wie ich vorwärts ziehe. Ja, er kriegt auch 0. Oh, nein. Oh. Muss das sein? Du hast so ein Glück, dass er keine Münzen besitzt. Ja. Besser ist das. Totem-Stampfer. Totem. Toten. Was müssen wir denn da machen? Ich hab voll den Regenschirm unten drunter. Hab mal, in welchem Loch ich den gesteckt habe. Äh, äh, äh. Ich mein, in welchen Schirmständen, äh, wie auch immer. Hallo? Hallo? Äh, falsche Taste. Okay, das verliere ich, weil ich die falsche Taste gedrückt habe am Anfang und mich gewundert, warum ich nicht losgehe. Ja, das ist doch keine Chance mehr dann. Ah, hier hat die Höhe auszusagen. Wenn du nicht so hoch sprichst, dann, äh, machst du auch nicht so viel Schaden, sozusagen. Also, geht nicht so weit runter. Ja, hier hast du dich völlig von Taste gedrückt. So, mach dir da keine Sch-Champfer, ey, stampfer, was soll denn der Kacke? Yoshi's down. Hä? Nur dadurch hab ich auch gewonnen. Hä? Hä? Okay. Also, dann, dann. Kann nur ein Item machen. Einstehen! Los! Oh. Stern! Naja. 20 gleich. Bonster. Naja, 7. Punken. Ich hab aber auch Glück mit den Blöcken. Hast doch ein Hack an. Mach dein Hack aus, alter, ich banne dich. Mach dein Bann, Alter, ey. Spass, alter, mach dein Eck aus, alter, ja klar, Knife-Border, alter, Spass, ey. Ich schick dir mal ein Chat-Lock von meinem Surfer. Naja. Was ist das jetzt? Keine Ahnung, spring. Ich werde ein bisschen überspringen. Ich bin über die Routine-Blöcke, um sie zu stoppen, ey. Okay. Gut schon, wir gehen. Öööö. Achso, wir müssen den Tod erbrechen. Ja, du hast es erkannt. Oh. Oh. Oh, Mensch. Das war der Falsche. Das war der Richtige. Jetzt wird immer schneller, weißt du das? Schon wieder der Falsche. Oh, und ich hab dich schon wieder diesen Kackfisch. Oh, ich krieg Bowser. Ja, endlich. Jetzt bin ich echt platt. Nch. ACH! Ich diesen Fisch hasse. Na, endlich bin ich tot. Cheater! Gewonnen! Oh, Mann! Zum Schluss war ich gerade so gut. Ich hab ein Röckchen an und lange Haare. Ich bin ein echter Mann! Ja. Ich bin ein echter Mann! Und wenn ihn zum Schluss kommt, werde ich meinen Schaden zwei haben. Na, das war der erste Mann. Okay, jetzt den Mund hat erиной gegründet. Dann haben wir noch einen... Na, das war der Zweck. Peach-Start. Lachen, die jetzt... O-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N. Ne, hätt ich nicht. Doch. Nein, hätt ich die Bank einzahlen müssen, wenn ich weiterkommen wär. Achso, ja, okay. Dann hätt ich nur eine statt fünf bekommen. Vario mal wieder. Muss ich wieder angeben, was für'n großen Zahlen er hat. Ach. Verdammt, viele Vierspieler spielen heute. Was ist das denn heute? Musst du den ganzen Rahmen aufdecken. Okay. Dann machen wir wieder. Ah ja, doch, das kenn ich noch. Das glaubst, glaub ich, auch so ähnlich im ersten. Glaub ich. Oh, Mensch, Jesus. Shit. Ja. Cheater. Ist zu unfair. Wer möchte gern reiche Kerl da? Pff. Und es wird Tag. Achso. Also, weiter geht's. Das hat's jetzt echt gelohnt. Das hat's jetzt echt gelohnt. Kauft sie einen Pils. Wie überraschend. Das bringt ihm auch nix mehr. Ja. Das bringt ihm auch nix mehr. Ja. Ja, klar. Ja. Bestimmt. Die KI ist so spannend. So überraschend. So unvorhersehbar. Oh Gott. Die Dicken wieder. User left your channel. User left your channel. Ist denn hier Gamepit kaputt, oder wat? Ja. So. Gott. Die Farben blind. Beide sind zum Kotzen. Wat is? Krieg ich aber jetzt keinen Stern, oder? Nein. Pff. Zum Glück. Das hab ich schon gedacht, ey. Wat is? Ein Stern? Was ist das für Scheiß? So, jetzt bin ich mal gespannt. Hexagon-Chaos. Hm. Ich erinnere mich. Ah ja, sowas ähnliches gab's auch beim ersten Teil. Glaube ich. Ja, doch. Wir müssen halt auf das Ding, wo die Farbe angezeigt wird. Ja. Da waren schon nur noch zwei. Okay. Das wird's wohl ziemlich langweilig. Kann ich nicht schlagen? Oh. Ist zu eng. Ah, Mist. Das war noch schnell, ey. Lass mich rauf. Ja. Da lag doch ne Bananenschale. Ja, klar. Das sind meine Haare, du Idiot. Und keine Bananenschale. Ich hab noch deinen Haaren ausgerutscht. Da hab mir extra viel Schmalz reingeschmiert. Jetzt dreimal die Eins gewürfelt. Dann ist Pech. Oh oh. Das geht ja schon gut los. Alter. Ich glaub's einfach nicht. Oh, schade. Das wär jetzt zu perfekt gewesen. Aber ich glaub das reicht nicht, oder? Ich weiß es nicht. Moment. Doch, Reif. Oh. Gerade so, ey. Meine Fresse. Der hat's voll gebracht. Oh, Mann. Es ist nochmal die Eins gewürfelt, die echt gelacht. Ja. Aber so schon... Ja. Lustig genug. Für dich. Eins. Eins. Fünf. Den hol ich mir noch schnell. Verdammt. Ja, ja. Baby Bowls ist hier doch kein Schwein. Das auch nur. Hm. Jetzt ist es wieder lustig. Oh, ne. Ich will das gar nicht machen. Na, ich will. Oh. Kommen kein Stern. Nur irgendwelche Münzen oder so. Oh. Was? Münzen und Sterne werden getauscht. Das ist schlecht. Oh, nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt jump schon, sei ruhig. Jetzt wird's unlustig. Bitte nicht, Yoshi. Oh, Mario. Boah, stell dir mal vor, das passiert einfach, wenn man ewig viel Sterne und Münzen hat und ewig weit in Führung ist. Pah. So wie ihr jetzt gerade. Hab doch dann voll gelitten. Okay. Ja, okay. Warte mal, kennst du jetzt mal wieder meine A-Taste nicht an? Äh. Äh. Hä? Hallo? Achso. Er erkennt meine A-Taste wieder nicht an. Hei. Oh, nein. Achso. Hei. Man.